Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Modsvorstellung hier auf Korner. Wir schauen uns jetzt, ja auch wenn es sich komisch anhört, das RGB Baum-Baum-Pack an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Dash Modding. Gibt es neben PC und Mac auch für Playstation 4, Xbox One. Findet ihr einmal in der Kategorie Platzierbaubjekte und dann Dekorationen. Jo, hier sind wir. Äh, ja, RGB beleuchtete Birkenpflanzkästen oder Palmenholzkasten oder Achern oder Kiefern. Ja, es gibt insgesamt sechs Bäume, die ihr kaufen könnt. Kosten alle jeweils 80 Euro und lassen sich überall hin da platzieren, wo ihr dementsprechend Rechte habt. Also, wir haben Birken, Palmen, Achern, Kiefern und dann natürlich noch Fichten und ein Volumenbaum. Ja, das ist alles mit dabei und lässt sich alles ohne Probleme platzieren. Jo, hier habe ich das Ganze auch mal platziert. Hier prinzipiell, warum wir es euch überhaupt vorstellen, ist, ihr müsst diese RGB-Funktion nämlich nicht nutzen, sondern ihr könnt das auch einfach nur als normale Deko-Objekte nutzen. Prinzipiell, so sieht das Ganze aus. Das sind halt so diese Standardbäume, die man halt vom LS her kennt, ne. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und die sind hier in Holzkästen. Diese Holzkästen könnt ihr, je nachdem, wo ihr gerade dran steht, hier auch noch zu einer Betonkiste umgestalten. Ne, und können sie dann zu euren jeweiligen RGB- beziehungsweise, ja, Dekorationsnutzen mit umgestalten, ne. Soweit, so klar, so selbsterklärend. Nun haben alle diese Bäume aber halt auch eine RGB-Funktion. Wenn ihr euch dann auf die andere Seite des Baumes bewegt, seht ihr dann, habt ihr hier Anzeigen. Mit der Enter-Taste blau, mit der V-Taste grün, mit der linken Maustaste rot. Das heißt, wir schalten das Ganze jetzt einfach mal ein und sagen, ja, rot. Und schon haben wir hier diesen Baum in rot. Mache ich mal blau, beziehungsweise grün. Ja, blau. Ja, halt, andere Richtung. Rot. Blau. Also halt, blau, äh, grün. Und, na, blau. Blup. So. Da haben wir dementsprechend hier diese RGB-Bäume. Ob das jetzt eingeschmacklich zusagt, ich glaube, das ist eine starke Ansichtsgeschichte. Wenn man jetzt aber mal die RGB-Funktion außen vornimmt und die nicht nutzt, sind das an sich interessante oder schöne Deko-Objekte, die man vielleicht auf euren Hof irgendwo Verwendung findet. Aber vielleicht seid ihr auch einfach nur RGB-geil, ne. Und wollt das dann trotzdem haben. Why not, why not. Weil, aus irgendeinem Grund gibt's, äh, ne, aus irgendeinem Grund haben ja die Mörder oder der Mörder das gemacht. Also gab es dementsprechend ja auch eine gewisse Nachfrage danach. Nun, prinzipiell, sauber ist es. Klein ist es auch, sogar 8 MB groß. Kann man machen. Why not, why not. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum Ende. Haut rein. Tschüssi. Grofski. Tschüssi. Und dann geht's.